Ein ganz herzliches Willkommen bei Blacktree Gaming. Heute wieder LS19 Abschiedstour. Mit dabei der Phil. Hi. Und der Jonas wollte ich gerade sagen. Jonas Junior. Hallö. Hallo. Und diesmal sogar ein funktionsfähiger Junior. Ein was? Ein funktionierender Junior. Achso, ja. Also, ja. Jetzt klappt's. Jetzt gerade mal kurz. Ausnahmsweise. Das ist doch schön. So. Es regnet. Händler. Ja. Jetzt aber zack die Bohne jetzt. Hier bin ich da. Ja. Ja, warte kurz. Ich renne. Ich bin im Büro. Es regnet. Ja. Und ich renne durch den nassen Regen. Und dann den Chat. Bitte. Danke. Moin. Och. Bin mir so frei. Nimm den Kaffee. Mhm. So. Servus. Hallo. Also, bitte bemerken oder sich merken oder sonst irgendwas. Ich hätt gern 12.000 Liter Kalk, 12.000 Saatgut und 12.000 Dünger. Mhm. Ja? Ja. Ähm. Und dann brauche ich jetzt eine, äh, äh, Frontlader-Konsole für meinen Trecker hier vorne. Und ne Schaufel. Ja. Ne kleine. Und was? Und ne Schaufel. Ne Schaufel. Ja, ne Schaufel. Mhm. Die bräuchte ich gleich, bitte. Weil ich bin grad da und nehm sie gleich mit. Was bestimmt auf Lager. Äh, ja. Aber also nicht hier. Ja, ja. Das ist dann beim anderen. Äh. Würde ich einfach dann abholen. Ja, Moment. Ähm. Geh mal wieder rein, es regnet. Ja. Gut, ähm. Ja, äh, Farbe? Willst du sie hier? Oder? Farbe von der Konsole. Einfach alles Standard. Nichts besonders. Achso, Standard. Ja. Die kleine, oder? Schaufel, ja. Die kleine Konsole. Die kleine Stolkonsole. Und wenn da die Schaufel drangeht? Ich hab keine Ahnung. Ja, die geht da dran. Gut. Ähm, ja, hab ich auf Lager. Super. Was kriegst du? Regen. Wo ist? Moment, wo ist meine Maß hier? Ähm. 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 Mann. Ähm. Äh, 300 Euro, bitte. Möchtest du noch wechseln? Ja. 300, gell? Ja. Ja, 300. Okay. Hab's überwiesen. Gut, danke. Und das Zeug lieferst du mir, ja? Ja, mach ich. Jeweils 12.000. Ja. Und bitte, wenn du geliefert hast, dann rechnen wir mal eins ab. Ja. Okay, tschüss. Danke, ich hol jetzt unten an der Werkstatt ab, oder? Äh, ja. Am Handel, mach ich. Ja. Danke, da liegt irgendwas rum. Ja, ich weiß. Ich denke an das Kalk oder was da unten rumsteht. Ja. Da ging bis bald. Ja. Okay. Das war's mir. Ciao. Ah, ich dachte schon, dass du das so liefst. Nöö. Nööö. Duuuh. Apotat ist für handeln. Oh. Duits. Vielen Dank. So, ich stehe wieder mal vor erntebereiten Feldern und kann nicht ernten. Mhm. Ebenfalls Regen. So, mal einfach früher schlafen und hoffen, dass es morgen früh fertig ist. Nö. 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 Warum nö? Ob zu tun. Nö. Wie fassbar hat er einfach zu tun. Ja. Ja. Dann packen wir mal meine Aja rein hier. Zack, zack, zack. Was hast denn du zu tun im Regen? Ja. Ich muss noch mal kurz zu Chat. Ja. Ja. Ähm, ich hätte noch ordentlich was abzuholen. Ja. Ja. Und zwar einmal die ganzen Kartoffeln, das sind 82.000. Mhm. Kannst ja du so machen, das kannst du als Tour einstellen und stellst einfach auf das Unendlich-Zeichen zweimal, dann fährt er zweimal und holt's ab. Ja. Moment. Moment. Ich tue nur schnell das noch einstellen. Hm. Moment. 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 Alles klar oder muss ich noch warten auf irgendwas? Äh, ich... Kartoffeln sind es, gell? Kartoffeln, ja? Ähm... Du hast ja nix im Lager, oder? Nein, Kartoffeln nicht. Also, dann nimmst du die Kartoffeln jetzt, die lagerst du ein, lässt sie drin, weil der Achim braucht die irgendwann mal. Ja. Ja? Dann kannst du eben verkaufen und später. Ja, Moment. Und dann bringe ich dir jetzt gerade noch 14.000 Soja. Das bringe ich dir aber. Ähm... 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 Ähm, was? Noch irgendwas? Nee, Moment. Moment... Was denn? Ähm... Na, tschüss. Ah, eben, das wollte ich. Mensch, Kinder, du die ganze Zeit beratest du. So. Ja. Ja, Entschuldigung, ich wusste, ich war gerade unk... Ich... Ich habe Soja an Bord. Hallo. Hallo. Tag. Ja. Äh... Da steht irgendein Fan mit einer Kalkspritze aufm... Quer auf der Straße. Soll das eigentlich... Wo? Bei Feld 36. Ja, das ist der Helfer. Kann ich nichts für. Das muss auch deine Helfer aufbauen. Äh, 14.000 Liter waren es, gell? Ja, und Lohnunternehmer, damit ich abladen kann. Mhm. Werden hier jetzt schon Spezialverkäufe gemacht mit Spezialpreisen, oder was? Nee, wieso? Ja, hier im Chat doch Zeugs verkauft wird. Ja, ja. Ich habe nur alles durchgesprochen, was ich jetzt brauche, was ich will. Ja, ja, ich habe dich schon verstanden. Ja, ja. Ja, ja. Dankeschön, ist abgeladen. Bin wieder weg. Ja, okay, gut. Ähm. So. Das kannst du laut sagen, Spice-Regen. Ja, ich habe dich. Aber du musst dir Amongst... Du, was hast du Wein? Und du hablst du mit dem Mitnistat? Ja, ich habe dich. Du bist. Und 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 du bist. Du bist. Und du bist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin ja geschaut, es ist auch schwierig. 50.000 Liter Raps noch abkauen. Moment, ich muss erst mal auf dem Stress kommen. Auf dem Stress? Auf dem Stress? Ja. Nervig dich? Mh, nö. Okay, dann schick mir ein LKW hoch. Der ist nicht frei. Bist. Äh, ich träg, äh, ja. Moment. Ich träg bitte noch 5.000. Moment. Ähm. Ja. Sag's noch einzeln, dann brauchst du nicht zusammenzählen und ich überwäse es einfach einzeln. Ja, okay. Geht viel schneller, wie da das rumrechnet, weil ich schock da und warte und geht nix. Also, äh, 5.400. 10.000, ja, 5.400. Überwiesen. Nächste? Und 10.200. Überwiesen. Nächste? Das gibt kein Nächste. Ich konnte nicht alles auf einmal liefern. Achso. Ich hab gedacht, weil du mit drei Hängern da rumgedonnert bist. Ja, aber der eine kann 8.000, der andere 4.000. Und der andere halt eben 12.000. Ja, okay. Gut. So, das war schön, Alter. Okay. Das war schön, Alter. Gut. Es ist stark dunkel auf dem Hof. So, Achim, können wir das mit dem Raps morgen bitte machen? Selbstverständlich. Gut, danke. Ich bin ja ein netter Kerl. Hast du noch Lohnunternehmer bei mir raus, bitte? Ja, mache ich gleich. Okay. So, 21 Uhr. Ja. Ja. Warum müssen wir auf dich warten? Weil ich dein Dünger liefern will, aber okay. Ja, und der fährt ja so oder so, können wir doch schlafen gehen, ist doch scheißegal. Wenn ich schlafen gehe, brauche ich auch kein Dünger. Nicht? Ist doch scheißegal. Also schlafen. Hätte ich acht Stunden. Schlafen. Moin. Es regnet nicht mehr. Super hoch. Und meine Maschine steht trotzdem im Feld. Oh, nicht zum Kotzen. Schön Feld kaputt. Geil. Oh, so. Das liebe ich ja, du. Das liebe ich ja, du. Scheiße. 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 Ich fieks mit nund. Ich fieks mit nund. Das macht er bei mir eh nicht. Ja, bei mir brennt er dann halt immer voll im Wald jetzt da. Oh, da ist ein Abgang, bin ich runter. Oh. Nein, doch. Der war jetzt fast dicker. Na, pange auch. Nudel du. Nudel du 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 du. Nudel du 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 du. Ich hab mir Laars deuxième nicht um choice. Ну savoir genau. Welchen? Oh. Oh, Tod昨 eng. Oh, ich hatte ich. Oh. Let's, Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 17 4 bonus für bevorzugung hier aber der lkw musik mit dem der lädt aber nicht mehr ach so vielleicht denkt er muss voll machen ja ich glaube der denkt er muss voll machen wann kommt er zu mir nachdem er bei mir abgeladen hat okay ich nehme dich beim wort w erfährt er noch mal zu viel hoch genau die geschichten siehntele und 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 ein also ich finde Baumwolle lohnt sich Baumwolle kann ich aber nicht in Deutschland anbauen ja ich bin egal ich verdiene trotzdem genug Geld dafür ja du verdienst schon genug Geld mit deinem scheiß Streusalz ja da hast du auch recht und wann kommt jetzt der Lkw er ist noch nicht mal an meinem Hof Freund nicht du der Helferfreund dein Freund und Helfer mit dem Auftrag hier die ich gerade mache ich 15.000 Euro lege schmecke er ich mache dreifach so viel mit einem Baumwollballen du spielst ja auch nicht realistisch L22 das ist eigentlich normaler Dünger 1800 Liter Dünger das sind 3.000 Euro 3.000 Euro was um hemmels Willen macht der fang jetzt einmal diesen Scheißer ab du jetzt musst du auch noch stehen bleiben du ja liebe Leute wie dieser herben Enttäuschung beim Film gehen wir zurück ins Studio bis zum nächsten mal bis dahin bis dahin wenn es euch gefallen hat dann lasst gerne einen Daumen nach oben da abonniert uns und schreibt gerne in die Kommentare vielen Dank bis bald bis zum nächsten mal 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 bis Bis zum nächsten Mal.